herzlich willkommen zu einem tollen stream moda und ich wir müssen ein bisschen was an unserer beziehung tun und ich habe noch nicht ganz so die ereignisse aus wie wir hier verarbeiten können dass er mich einfach in der burg immer sterben lassen hat damit die feige sau selber fliehen kann und way out dass wir uns gegenseitig umgebracht haben das war halt auch nicht hilfreich und deshalb machen wir ein bisschen heute ein kleines therapie stream mit text es war die gleiche machen wie way out und weite teile des spiels werden tatsächlich auch über splitscreen stattfinden da hatten wir gerade tatsächlich noch mal nachgeguckt ob man es auch abstellen kann aber aber das sollte uns ja wohl nicht aufhalten gleich schön in das spiel eintauchen können deshalb warten wir jetzt mal auf mono damit wir gleich durch starten können ja danke danke nick ich wechsle schon mal ins spiel rein scheiße ok jetzt hören sie dich jetzt kannst du doch mal hallo sagen also wenn ihr zu einem stream ohne zauern probleme wollt übrigens dann geht doch hierhin zum euro ich habe mal seinen link gepostet dann wisst ihr auch wo ihr seinen stream begutachten könnt und falls ihr euch noch mal für mich interessiert ich habe auch hier noch ein paar sachen der nick sagt hi ist übrigens der link zu den seinem seiner ansicht ich möchte das spiel wieder wieder hochklappen so klappt ich werde demnächst auf jeden fall irgendwie so ein kleines overlay schild für dich basteln solange wir immer mit origin spielen das wäre das wir unbedingt ändern furchtbar ja aber wo spielen let's go let's go das tolle ist nämlich ich spiele das spiel total kostenfrei weil der den über einen freundes pass und der dennis ist quasi der game master ja hey hey how was your day great the toaster broke and rose refused to eat of vegetables how did it go at the dentist the dentist don't tell me forgot about the dentist appointment i didn't forget i thought you were taking here tomorrow no it was today i'm working tomorrow but it's saturday i know i've got to work overtime you have to do that every week oh koody i'm not in the mood for this discussion again hey hey rose needs both of us okay that's not fair using her i'm not using her i'm just stating a fact why don't we just go ahead and tell her that we're divorcing oh just like that yeah oh yeah let's not tell her let's stay friends instead yes let's stay friends forever oh i love you cody i love you to me wir hatten alle schon mal solche situationen oder ja spielten von uns jetzt wer das darfst du mal zur aus sechs ach du meine güte aber ich muss ganz sagen wo ich das gerade so sehe ich bin ja auch tatsächlich scheidungskind ne und ich hatte halt auch ich war noch relativ jung also relativ so zehn elf zwölf irgendwie so in dem dreh ja und meine eltern sich damals haben scheiden lassen durch habe versucht weil wie ist denn das diese kennst du noch diese sendung mit kai flaume nur die liebe zählt oder so ach du scheiße ich wollte meine eltern da anmelden nein 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 ja natürlich nicht gebacken gekriegt weil ich nicht wusste wie es geht so und aber ich glaube ich nehme grün nimm's grün nämlich blau blau ist männlich grün passt zu meinem twitch kanal blau passt auch eher zu deinem pinguin oder nicht ja blau passt auch zu meinem twitch kanal im blauen hintergrund hey honey oh gott wenn es schon so los geht we have to do stuff that isn't always very fun what we're trying to say darling is that what we're trying to say darling is that mom and dad we've decided to go on separate ways okay can i go and play in my room yeah yeah of course ich hoffe es ist alles gut zu verstehen bei euch krass was ein kinderzimmer heftig das hätte ich auch gerne vor meinem fenster gehabt dr hakim ok dr hakim och gottchen ok 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 da eine вин seinen der оз der 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 den Ich habe das Spiel mal lauter gedreht. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Der Typ sieht aus wie aus einer Kartoffel geschnitzt. Moro, deine Gelenke sind ein bisschen komisch. Wenigstens habe ich welche. Das stimmt schon, ja. Oh nein, schau mal an. Was hast du getan? Oh nein. Oh, scheiße. Okay, wir haben die richtigen Charaktere genommen. Was zur Hölle? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Cody, Mae. Du bist hier, um zu fixen deine Beziehung. Wir haben es gerade begleitet. Ja, ja. Wir sind geworfen. Es ist alles gut. Nein! Ich werde Sie fixen deine Beziehung. Chapter 1. ja lass das buch labern mensch zwei vögel und ein denn ja denn ist eine eigene spezies ich muss unbedingt ich muss unbedingt die sound einstellungen ändern ich schraub dich mal ein bisschen leise ich schlägst hier ganz schön aus was ja du bist glaube ich immer noch aber egal das ist schon besser ist auch ein doppelsprung so agil so ein spiel wo ich mich nur springend fortbewegen werde können wir es verschieben ja ich hoffe also ich hoffe jetzt dass das sort hier gleich in ordnung da komme ich gut da könnte hoch ich glaube ich bin zu fett also die einsicht kommt spät aber du weißt wir haben schon darüber gesprochen ja tonne bewegt dich was für ein glühnes auge hat sich jetzt nicht irgendwas drin versteckt der deckel geht dazwischen was machst du da siehst du das siehst du das was was schauen ich schau dir mal die ölkanne an ölkanne ja und du kannst du kannst irgendwie ein stampfer machen ja ja auf kreis ja wo ist das bei dir rechts rechts mal kurz hier tatsächlich meine grafikeinstellung ein bisschen runter drehen das spiel scheint hier schon wieder dermaßen derma sind zu ruckeln aus dem herunter schatten braucht man hier nicht also mein stream mit stream ruckelt das spiel nicht das war bei every out ja auch schon so gewesen ist die oh gott oh du kannst aber da ganz schön krass was machen okay ja mag mal gucken so hier können wir uns anhaften oder keine ahnung was ich brauche jemanden der ein bisschen dicker ist und guck mal hier was zur hölle was ist da passiert die liegen doch direkt hier was ist das mit den ölkern hier die kann wohl kann ich das auch ja ich kann wall jumps ich hänge doch da hinten am griff aber es kann doch nicht wahr sein ich sehe nichts ich sehe nur den und den ganzen bildschirm ein ach ernsthaft ernsthaft da kann man sprinten was ist das dahinter wo was ist das hier ich habe gerade selbst noch begangen kannst du mal hier hin kommen mach du das mal du bist aus holz du leitest nicht was denn das da ich habe die geheimnisse und dann auf drei eins zwei und er hat irgendwie geklappt jetzt haben wir jeder die sich bewegen steht da spring auf oberfläche rutschen auf oberfläche rutschen bis zum bringt dich nicht selber um ich weiß gar nicht was da ist bei mir doch kommen anspringe dreht es links der linke knopf aber ich drücke ja gar nicht also a ist quasi wenn ich an der oberfläche hafte und da drin ist springen und dann gibt es den knopf links das ist dann gleich flitzen genau das ach ne a ist springen ok so weit war ich ja noch gar nicht weil da stand immer drücken sie a um an der oberfläche haften zu bleiben oder so ich wurde irgendwie überrollt ich kann den strom sehen sicher dass das strom war natürlich was soll das sonst gewesen sein wunderbar wo ist überhaupt hin hier 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 warte also der schon oh 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 du schaffst es oh perfekt let's go enabled generator um diese treppe runter zu klappen lol dr hakim das war nicht nett hey shion ich grüße dich human fall flat needs prince of persia oh rose darling kann sie uns denn überhaupt bemerken oh not you again oh move out of the way you stupid fuck yeah get out of the way i need to go and talk to my daughter your daughter oh you talk like you own her ask yourself can you really own the people you love to just let us through come on i win but first there's someone i want you to do me W Ey! Ja 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 ja! Ja 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 ja! Oh, was das?! Uuuuhm... Okay. Why do I recognize your voice? Me? Oh. What? No. We- uh, we've never met. Sorry. Looks a bit like a vacuum cleaner. Oh yeah. Because it is your vacuum cleaner! Haha! So... Vacuum! Que pasa? You know who this guy is? Let me tell you. This is Cody. You know. Der Mann kann alles in deinem Kugel trinken auf auf deine Kugel Oh, ha ha, nein, das ist er Das ist du Nein, 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 nein Oh nein, 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 nein Oh nein, oh nein Oh, oh nein Oh nein Oh? Oh, so, 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 so You call that dust? Oh nein, oh nein, bitte nicht. Oh nein, oh nein, bitte nicht. Den ganzen Weg wieder zurück. Das sah kurz aus wie irgendein Bosskampf. Oh, da hat's ein Junge. You wanna get back to Rose? Yes. You wanna talk to your daughter? Yes. Then you need to climb the vacuum together. Oh, come on. Why are you doing this to us? Because you two must learn collaboration. That's not all strong things. Aha! You know, collaboration is the key to a successful relationship. Ich weiß, wer mich nochmal zurückgelassen hat. You understand? Now, I'll see you later. Hasta la vista, good luck! Bye bye now. Ich find dieses Buch mega anstrengend. Ja, ach nein. Well, this would never have happened, if you would fix it, like you promised. Well, I didn't know we'd end up in a place where all vacuum cleaners alive. Well, now we are. Ha! Maybe we're stuck here forever. Forever? No way. We're getting a divorce. Yes, I know, we're getting a divorce. But we can't get back to our real bodies. Okay. Let's climb that damn vacuum cleaner. Okay. Wir sind hier nicht ewig zusammen. Nein. Wir schätzen uns schein. He said Rose brought him. But he doesn't sound like a book she would buy. Oh! Oh! Ja. Genau das. Was ist das für ein Licht? Hier sind dauernd immer irgendwie ein paar Lichter. Let's get to Rose. Ja. Komm. Komm. Nicht ran. Äh. Ich ahne, blödes, aber ich geh da trotzdem. Kuck! Oh, 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 oh. Ah, okay. Doch, lass dich nochmal einsaugen. Warte. Komm, spring rein da. Vertrau mir einfach. Ich? Dir vertrauen? Oh. Ah, guck mal. Kannste Dinge machen? Warte. Die Lichter fischen vor uns immer, wenn wir da in der Nähe sind. Ja. Ich. Also unser Keller ist hier echt nicht sauber. Was? Warum? Aber geräumig. Ah. Schuka. Nee, nee. Ah. Oh, zack, zack. Oh, er ist ausgerichtet. Okay. Und jetzt? Jetzt geht's zur anderen Seite. Ah, jetzt muss ich andersrum. So. Jetzt kannst du mich mal abfeuern. Oh. Oh, 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 okay. Komm, 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 komm. Jehoi. Jehoi. Achterbahn hier, Achterbahn. Cool, danke. Oh nein, oh nein, oh nein, ja das ist natürlich mal wieder hier ein kleines Rättel, lass mich kurz gucken, lass mich kurz gucken, wir müssen hier eine Tür auch irgendwie bedienen, von der anderen Seite? Nö, es geht nur von einer Seite. So, ich guck mal eben, was kann ich machen, wenn ich das hier mache. Ah, ja, jetzt kannst du durch. Ach so, der, 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 wow, was ein Rätsel. Wir haben jetzt ein Problem. Lass mich raten, hier muss es bestimmt einer überbrücken und der andere drückt den Knopf. Okay, dann wechseln wir uns ab, ne? Oh! Schnell, go, go, go! Oh ne, du warst zu spät da einfach dran über der zweiten Station. Ja, aber, ne? Ich war gerade an der falschen. Wie hätte man das auch wissen können, ne? Jetzt, go! Oh! Du musst zur letzten Station. Ich kann ja... Oh! Ich kam da ewig nicht weg von der ersten. Oh! Oh! Wie riesig ist dieser Staubsauger? Oh! Ist daneben gefallen? Ja, irgendwie schon, ne? Ich wollte, die, ich wollte die Banjo-Kazoo-Stampf-Attacke machen. Hat aber irgendwie nicht geklappt. ja das ist nick es ist total wie human fall flat und prince of pressure irgendwie zusammen und dark souls was ja wenn du das sagst dann muss das ja stimmen wie randall das immer sagt bei egal welchem spiel das ist ja wie dark souls wer ist er ich bin auf der linken seite spiel die frau und dann ist auf der rechten seite spielt den klumpen knete ich bin hier und dann ist der jenige das gerade nicht mal geschafft hat sich von einem staubsauger richtig einsaugen zu lassen warte ich könnte ich könnte bei den stream gleich tatsächlich noch mal sein bildchen auf die linke seite packen das könnte ich auch ich bin bei dir auf der linken seite was ja was haben wir hier rennen denn rennen ah ja ich verstehe ich verstehe ach das geht immer nur in eine richtung oder wie in beide richtungen gleichzeitig ist schwierig so nice nice dankeschön so ich habe gerade gesehen dein hat so die hand in meine richtung gehalten als könnten wir auch uns so wieder gegenseitig wie auffangen mal gucken was hier passiert die frage von anfang erklärt denn ist kein mensch sondern einen klumpen warte mal warte mal ich glaube das war nicht positiv für mich das ist ganz drauf kommt ganz drauf an okay gut lauf wohin denn hier links rum und dann rein und ich schalte es dann um die miche mit dem weg und ich bin ja auch nicht aufgepasst du schreckst mich sofort ja vielen dank für den raid ich soll jetzt rüber springen nämlich an ja denke mal der zähl mal runter oder ich zähl runter drei zwei mal ich gucke es mal ich kann springen und dann kann ich auch noch mal noch mal ich würde erstmal gucken wie sich das handhabt so drei zwei eins blitz drei zwei eins blitz und blitz gibt es bei dir jetzt auch ein schalter gibt es ein schalter wie ließ bei euch da drei zwei eins blitz 321 ich finde die sounds geil das erinnert mich gerade irgendwie total an dieses sackboy adventure hier den big planet das fand ich auch irgendwie großartig dass es sich viel flüssiger spielt reicht einen nachmittag waren doch drei stunden und das ist vollkommen überranft so wie man erwartet hat okay da jetzt rein was haben wir hier ist das licht ausgemacht ich weiß nicht wie fern das wichtig ist über das mal aus genau strom sparen ist wieder so ein glock ist ja klar weil so man war release freitag hast du mal gesehen was da passiert ist was passiert nochmal ich glaube wir müssen beide gleichzeitig drauf oder als das wäre eine idee jetzt macht macht nur noch mal ich probiere mal darauf zu jammen sobald es dich erwischt hat das passiert nichts schade okay das geheimnis muss also noch herausfinden was das bedeutet vielleicht hat es doch einfach gar nichts zu bedeuten es war ein jahres sehr großzügig das spiel soll ja auch spaß machen okay alles klar ich zähle ja war ja auch jetzt meine richtung das ist eine stücke 321 so und jetzt jetzt guck ich mal mal da rechts von mir du musst nach links halten ja da gegen das ding gegen ach du musst ja nur drauf sein dankeschön dankeschön bisschen physik hilft immer sie koordiniert hat man was das da das spring in den springen den sauger ich wusste nicht in welchem der gibt ja nur den einen der anderen der hintergarten noch einen zweiten die ziel doch bitte für mich oh da muss man noch zielen okay ich dachte der wäre schon richtig ausgerichtet so hopp hopp das ist ja wenn ich das sagen denn dann machen dann sagt sie das wenigstens auch noch deiner der fliegt einfach nur durch die luft und klatscht an die wand was passiert jetzt bei ich kann freiwillig von dem buch erschlagen ja voll gut als freitag 18 uhr offiziell 1 uhr waren dann die server da achten scheiße was derzeit einfach jeder mensch spielt ich komme nicht höher mit dem ding hier muss glaube ich da oben drauf zielen aber hattest du überhaupt schon nach oben gezielt als ich da drin war ich konnte ich konnte mich nach oben zielen kann ich denn irgendwas also du musst du musst irgendwie auf die seite hier kommen wir müssen gemeinsam was schieben siehst du wo ich bin ich denn ja ich sehe aber ist es ja hier ich weiß nicht wie ich da hinkommen soll ich kann mich hier nur einsaugen lassen und das war's ach so da zur seite kann ich ziel aber halt nicht ach ich muss nach unten drücken damit es nach oben zielt ja das hat mich auch gerade schon verwirrt jetzt müsste es aber eigentlich gehen ja ich wurde ziemlich schnell nach unten was ich will ich werde sofort nach unten gedrückt siehst du das zieh mal nach rechts da in diese freie passage das ganze schwer mit dem ding schwierig ja also du fliegst einfach wie so ein klumpfen knete direkt nach unten scheiße das setzt du wahrscheinlich sein müssen ich weiß nicht sind wir unterschiedlich schwer ich denke aber ich kann ich das zeug denn hier nicht nutzen ich weiß nicht wie ich das nehmen soll mein daumen tut weh deiner tut weh warte mal kann ich da kannst du die dinge ab einsaugen die rohe ja natürlich jetzt macht das sind jetzt macht das sinn ok weiter geht es nicht perfekt so und jetzt können wir beide schieben wäre von uns beiden ist im ballast ich weiß nicht aber ich bin ganz glücklich und jetzt das ist ja das sage ich regelmäßig zu genau ich kann du Ich werde dich wiederholen. Ich kann dich wiederholen. Nein, 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 sie ist richtig, sie ist ein Ingenieur. Ein wirklich guter. Du bist, du bist sehr gut. Hey, Wattu. Are you really gonna believe that, huh? Because I would not. Don't listen to him. Once I get my real body back, I can fix you. Oh, is that so? Then why did you buy the expensive Turbo X 2000, huh? Hey! What? 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 Do you want me with the Turbo X 2000? Two thousand! Matthew, who can't even suck properly! I'll show you who's the best sucker! Okay, I'm out of here. See you later! Good night! Wie, was, er ist jetzt raus? Der kommt hier rein, legt hier einen riesigen Haufen vor uns ab und verschwindet dann wieder? No! Staubsaugerturm. Okay, wir können irgendwie damit interagieren. So, äh, genau, du musst das oben. Du musst das oben steuern. Oh! Äh, ich konnte bis gerade. Jetzt ist es weg. Ja, ich hab zu schnell eingesaugt. Okay, du gehst nach oben. Alles klar. Feuer! Aber im Deluxe! Achtung, hinten! Wir haben diesmal ja HP. Ach, da oben ist es? Okay, die sich jetzt erst... Ja, das ist die vom Boss. Wir haben auch jeweils unsere. Ja. Strategisch platziert, hä? Ja, der wusste ja. Oh, fuck! 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 Das hast du alles eingesaugt! Bist du irre! Was ist das? Da! Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß aber nicht, woher. Oh mein Gott! Oh Gott, ich darf nicht von vornherein da oben drauf stehen. Weil die da oben sind, die kriegen wir nie im Leben eingesaugt, ne. Alle nochmal wie sich... Kätze! So, das waren alle. Oh, oh! Und genau deswegen, habe ich gesagt, sollten wir uns eine Haushaltshilfe anschaffen. Die ist aber viel zu teuer. Weißt du, wie viel alleine der Zahn hat es schon kosten würde? Wenn du mal vernünftig was erfinden würdest. Was? Feuer! Und jetzt? Tap, 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 tap! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich glaube, wir haben unseren Staubsauger umgebracht. Und wir fackeln gerade unser Haus ab. Wir haben gerade die Augen unseres Staubsaugers ausgesaugt. Oh Gott! Wir müssen Rose finden, bevor sie rauskommt. Ich hoffe, sie weiß, was mit uns passiert ist. Sie muss etwas wissen. Ich meine, sie hat diese Dahls gemacht. Sie hat diese Dahls gemacht? Ja. Oh. 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 Oh! Oh. Oh, oh. What I do so.